Im Gerichtssaal von Selma Lagerlöw. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Es ist in einem Gerichtssaal weit draußen auf dem Lande. Am Richtertisch hoch oben im Saal sitzt der Richter, ein großer, stark gebauter Mann mit breitem, grob geschnittenem Gesicht. Schon mehrere Stunden hat er einen Fall nach dem anderen entschieden und schließlich ist etwas wie Überdruss und Düsterkeit über ihn gekommen. Es ist schwer zu sagen, ob es die Hitze und Schwüle im Gerichtssaal ist, durch die Beschäftigung mit allen diesen kleinen Zwistigkeiten, die aus keinem anderen Grunde entstanden zu sein scheinen, als um die Streitlust und Unbarmherzigkeit und Gewinnsucht der Menschen zu zeigen. Er hat gerade mit einer der letzten Verhandlungen begonnen, die an diesem Tage geführt werden sollen. Es handelt sich um die Forderung eines Erziehungsbeitrages. Dieser Fall ist schon am vorigen Gerichtstag verhandelt worden und das Protokoll des früheren Prozesses wird eben verlesen. Daraus erfährt man fürs Erste, dass die Klägerin eine arme Dienstmarkt ist und der Beklagte ein verheirateter Mann. Weiter geht aus dem Protokoll hervor, dass der Beklagte erklärt hat, dass die Klägerin ihn mit Unrecht und nur aus Gewinnsucht hierher zitiert habe. Er gibt zu, dass die Klägerin eine Zeit lang auf seinem Hof in Dienst gestanden sei, aber er habe sich während dieser Zeit in keinerlei Liebeshandel mit ihr eingelassen und sie habe kein Recht, irgendwelche Unterstützung von ihm zu begehren. Die Klägerin hat jedoch an ihrer Behauptung festgehalten und nachdem man einige Zeugen vernommen hat, ist dem Beklagten aufgetragen worden, einen Schwur zu leisten, wenn er nicht verurteilt werden soll, der Klägerin die verlangte Unterstützung zu geben. Beide Parteien haben sich eingefunden und stehen nebeneinander vor dem Gerichtstisch. Die Klägerin ist sehr jung und sieht ganz verschüchtert aus. Sie weint vor Scham und trocknet mühsam die Tränen mit einem zusammengeknüllten Taschentuch und es scheint, als könne sie es nicht auseinanderfalten. Sie trägt schwarze Kleider, die ziemlich neu und ungetragen aussehen, aber sie sitzen so schlecht, dass man versucht ist zu glauben, sie habe sie sich ausgeliehen, um anständig vor Gericht erscheinen zu können. Was den Beklagten betrifft, so sieht man ihm gleich an, dass er ein wohlbestellter Mann ist. Er mag etwa 40 Jahre alt sein und hat ein keckes, frisches Aussehen. Wie er da vor dem Richterstuhl steht, zeigt er eine sehr gute Haltung. Es sieht ja nicht aus, als fände er ein besonderes Vergnügen damit, dazustehen, aber er macht auch durchaus keinen befangenen Eindruck. Sobald das Protokoll verlesen ist, wendet sich der Richter an den Beklagten und fragt ihn, ob er an seinem Leugnen festhalte und ob er bereit sei, den Eid abzulegen. Auf diese Fragen antwortet der Beklagte sogleich mit einem raschen Ja. Er fängt an, in der Westentasche zu graben und holt ein Zeugnis des Pfarrers hervor, das bestätigt, dass er die Wichtigkeit und Bedeutung des Eides kennt und unbehindert ist, ihn abzulegen. Während dieser ganzen Zeit hat die Glägerin nicht aufgehört zu weinen. Sie scheint unüberwindlich scheu zu sein und hält die Augen hartnäckig zu Boden geschlagen. Sie hat den Blick noch nicht so weit erhoben, dass sie den Beklagten ins Gesicht sehen konnte. Als er nun sein Ja sagt, zuckt sie zusammen. Sie tritt ein paar Schritte näher an den Richterstuhl heran, so als hätte sie etwas einzuwenden, aber dann bleibt sie stehen. Es ist wohl nicht möglich, scheint sie sich selbst zu sagen, er kann ja nicht Ja gesagt haben, ich habe nicht recht gehört. Indessen nimmt der Richter das Zeugnis in die Hand und gibt zu gleicher Zeit dem Gerichtsdiener einen Wink. Dieser tritt an den Tisch heran, um die Bibel zu nehmen und sie vor den Beklagten hinzulegen. Die Klägerin hört, dass jemand an ihr vorbeigeht und wird unruhig. Sie zwingt sich, den Blick so weit zu heben, dass sie über den Tisch hinsehen kann und da gewahrt sie, dass der Gerichtsdiener die Bibel zurechtschiebt. Noch einmal sieht es aus, als wollte sie einen Einwand machen. Aber sie hält sich wieder zurück, es ist ja nicht möglich, dass er den Eid ablegt. Der Richter muss ihn doch daran hindern. Der Richter ist ein kluger Mann und er weiß gar wohl, was die Leute in seiner Heimat denken und fühlen. Er müsse doch wissen, wie streng alle die Menschen sind, sobald es sich um etwas handelt, was die Ehe betrifft. Sie kannten keine ärgere Sünde als die, die sie begangen hat. Würde sie je so etwas von sich selbst gestanden haben, wenn es nicht wahr gewesen wäre? Der Richter könnte wohl wissen, welche furchtbare Verachtung sie sich zugezogen hatte. Und nicht nur Verachtung allein, sondern auch alles mögliche Elend. Niemand wollte sie in Dienst nehmen. Niemand wollte ihre Arbeit haben. Ihre eigenen Eltern duldeten sie kaum in ihrer Hütte, sondern sprachen jeden Tag davon, sie hinauszuwerfen. Nein, der Richter müsse wohl begreifen, dass sie keine Unterstützung von einem verheirateten Mann verlangt haben würde, wenn sie nicht ein Recht darauf hätte. Der Richter könne doch nicht glauben, dass sie in einer solchen Sache lüge, dass sie so furchtbares Unglück auf sie herabbeschworen hätte, wenn sie einen anderen hätte anklagen können als einen verheirateten Mann. Und wenn er dies wusste, so müsse er doch den Eid verhindern. Sie sieht, dass der Richter da sitzt und das Zeugnis des Pfarrers ein paar Mal durchliest. Darum fängt sie an zu glauben, dass er eingreifen wird. Es ist auch richtig, dass der Richter nachdenklich aussieht. Er heftet seine Blicke ein paar Mal auf die Klägerin, aber dabei wird der Ausdruck des Ekels und des Überdrusses, der auf seinem Gesicht ruht, immer deutlicher. Es sieht aus, als wäre er ungünstig gegen sie gestimmt. Selbst wenn die Klägerin die Wahrheit spricht, so ist sie ja doch eine schlechte Person und der Richter kann kein Interesse für sie empfinden. Es kommt manchmal vor, dass der Richter in einen Prozess eingreift als ein guter, kluger Ratgeber und die Parteien davor behütet, sich ganz und gar zugrunde zu richten. Aber diesmal ist er müde und überdrüssig und er denkt an nichts anderes, als dem gesetzlichen Verfahren seinen Lauf zu lassen. Er legt das Zeugnis hin und sagt dem Beklagten mit ein paar Worten, er hoffe, dass dieser die verhängnisvollen Folgen eines falschen Schwures genau bedacht habe. Der Beklagte hört ihn mit derselben Ruhe an, die er die ganze Zeit über an den Tag gelegt hat und antwortet respektvoll und nicht ohne Würde. Die Klägerin hört dies mit dem äußersten Schrecken. Sie macht ein paar heftige Bewegungen und presst die Hände zusammen. Nun will sie vor dem Richtertisch sprechen. Sie kämpft einen furchtbaren Kampf mit ihrer Scheu und mit dem Schluchzen, das ihr die Kehle zusammenschnürt. Das Ende ist doch, dass sie kein hörbares Wort hervorbringen kann. Er wird ihn ablegen. Der Eid soll also geleistet werden. Niemand wird ihn hindern, seine Seele zu verschwören. Bis dahin hat sie nicht glauben können, dass es geschehen würde. Aber jetzt packt sie die Gewissheit, dass es unmittelbar bevorsteht, dass es im nächsten Augenblick eintreten wird. Ein Schrecken, der viel überwältigender ist als alles, was sie bisher gekannt hat, bemächtigt sich ihrer. Sie wird ganz versteinert, sie weint nicht einmal mehr. Die Augen stehen ihr im Kopf still. Es ist also seine Absicht, die ewige Verdammnis auf sich herabzubeschwören. Sie versteht wohl, dass er sich um seines Weibeswillen freischwören will. Aber wenn er auch einen schweren Stand mit ihr haben sollte, so darf er doch deshalb nicht seiner Seele Seligkeit preisgeben. Es gab nichts Furchtbareres als ein Meineid. Es war etwas Geheimnisvolles und Grässliches um diese Sünde. Es gab keine Gnade oder Vergebung für sie. Die Tore des Abgrundes öffneten sich von selbst, wenn der Name des Meineidigen genannt wurde. Wenn sie jetzt die Blicke zu seinem Gesicht erhoben hätte, würde sie gefürchtet haben, es schon mit irgendeinem Zeichen der Verdammnis gestempelt zu sehen, von Gottes Zorn ihm ausgeprägt. Während sie so dasteht und immer größere Angst sich ihrer bemächtigt, hat der Richter dem Beklagten gezeigt, wie er die Finger auf die Bibel zu legen hat. Dann schlägt der Richter im Gesetzbuch nach, um die Eidesformel zu finden. Als sie ihn die Finger auf das Buch legen sieht, macht sie noch einen Schritt zum Richterstuhl hin und es sieht aus, als wollte sie sich über den Tisch beugen und seine Hand fortziehen. Aber noch wird sie von einer letzten Hoffnung zurückgehalten. Sie glaubt, dass er jetzt im letzten Augenblick noch davon abstehen wird. Der Richter hat die Seite im Gesetzbuch gefunden, nach der er gesucht hat, und jetzt beginnt er den Eid laut und deutlich vorzusagen. Dann macht er eine Pause, damit der Beklagte seine Worte nachsprechen kann. Und der Beklagte fängt wirklich an, sie nachzusprechen, aber er macht einen kleinen Fehler, sodass der Richter von vorn anfangen muss. Jetzt kann sie keinen Schimmer von Hoffnung mehr haben. Jetzt weiß sie, dass er falsch schwören, dass er Gottes Zorn für das ganze zukünftige Leben auf sich herabschwören will. Sie steht da und ringt die Hände in ihrer Hilflosigkeit. Und es ist alles ihre Schuld, weil sie ihn angeklagt hat. Aber sie war ja ohne Arbeit, sie hungerte und fror. Das Kind lag im Sterben. An wen hätte sie sich sonst wenden sollen, um Hilfe zu finden? Nie hätte sie auch geglaubt, dass er eine so schreckliche Sünde würde begehen können. Jetzt hat der Richter den Eid abermals vorgesagt. Und in einigen Augenblicken wird die Tat vollbracht sein. Jene Tat, vor der es keine Umkehr gibt, die niemals gut gemacht, niemals ausgelöscht werden kann. Gerade als der Beklagte anfängt, den Eid nachzusagen, stürzt sie vor, schleudert seine ausgestreckte Hand beiseite und reißt die Bibel an sich. Ein furchtbares Entsetzen hat ihr endlich den Mut gegeben. Er darf seine Seele nicht verschwören. Er darf nicht. Der Gerichtsdiener eilt sogleich herbei, um ihr die Bibel abzunehmen und sie zur Ordnung zurückzurufen. Sie hat ungeheure Angst vor allem, was mit dem Gericht zusammenhängt und sie glaubt, dass das, was sie jetzt getan hat, sie auf die Festung bringen wird. Aber sie gibt die Bibel nicht her. Was es auch kosten mag, er darf den Eid nicht ablegen. Er, der schwören will, läuft auch herbei, um das Buch zu ergreifen, aber sie leistet auch ihm Widerstand. Du darfst den Eid nicht ablegen, ruft sie. Du darfst nicht. Was jetzt vorgeht, erweckt natürlich das größte Staunen. Die Versammelten drängen sich zum Richtertisch, die Geschworenen erheben sich, der Protokollführer springt auf mit dem Tintenfass in der Hand, damit es nicht umgestürzt würde. Da ruft der Richter mit lauter zorniger Stimme. Still! Und alle die Menschen bleiben reglos stehen. Was fällt dir bei? Was hast du mit der Bibel zu schaffen? fragt der Richter die Klägerin mit harter und strenger Stimme. Nachdem sie ihrer Angst in einer Tat der Verzweiflung Luft gemacht hat, ist ihre Beklemmung gewichen, sodass sie antworten kann. Er darf den Eid nicht ablegen. Sei still und gib das Buch zurück, ruft der Richter. Aber sie gehorcht nicht, sondern umklammert das Buch mit beiden Händen. Er darf den Eid nicht ablegen, ruft sie mit ungezügelter Heftigkeit. Ist es dir so sehr darum zu tun, den Prozess zu gewinnen? fragt der Richter mit immer schärferer Stimme. Ich will die Klage zurückziehen, ruft sie mit lauter schneidender Stimme. Ich will ihn nicht zwingen zu schwören. Was schreist du da? fragt der Richter. Hast du den Verstand verloren? Sie ringt heftig nach Atem und versucht sich zu beruhigen. Sie hört sich selbst, wie sie schreit. Der Richter muss wohl glauben, dass sie toll geworden ist, weil sie das, was sie will, nicht in ruhigen Worten sagen kann. Noch einmal kämpft sie mit sich selbst, um Macht über die Stimme zu erlangen und diesmal gelingt es ihr. Sie sagt langsam, ernst, laut, während sie dem Richter gerade ins Gesicht zieht. Ich will die Klage zurückziehen. Er ist der Vater des Kindes, aber ich habe ihn noch lieb. Ich will nicht, dass er falsch schwört. Sie steht aufrecht und entschlossen vor dem Richtertisch und sieht dem Richter gerade in sein strenges Gesicht. Er sitzt da, beide Hände auf den Tisch gestützt und lange, lange wendet er den Blick nicht von ihr. Während der Richter sie betrachtet, geht eine große Veränderung mit ihm vor. All das Schlaffe und Missvergnügte, das in seinen Zügen lag, verschwindet und das große grobe Gesicht wird durch die Rührung geradezu schön. Sieh da, denkt der Richter, sieh da, so ist mein Volk. Ich will mich nicht darüber beklagen, wo doch bei einer der geringsten so viel Liebe und Gottesfurcht zu finden ist. Plötzlich aber spürt der Richter, dass seine Augen sich mit Tränen füllen, unterzuckt er beinahe beschämt zusammen und wirft einen raschen Blick um sich. Da sieht er, dass die Schreiber und Gerichtsdiener und die ganze lange Reihe der Beisitzer sich vorgebeugt haben, um das Mädchen anzusehen, das vor dem Richtertisch steht, die Bibel an sich gedrückt. Und er sieht einen Schimmer auf ihren Gesichtern, so als hätten sie etwas richtig Schönes gesehen, das sie bis in das tiefste Herz erfreut hat. Hierauf sieht der Richter auch über das versammelte Volk hin. Und es ist ihm, als säßen alle diese Menschen stumm und atemlos da, als hätten sie gerade jetzt das gehört, wonach sie sich am meisten gesehnt. Zu allerletzt sieht der Richter den Beklagten an. Jetzt ist er es, der mit gesenkten Kopf dasteht und zu Boden blickt. Der Richter wendet sich abermals an das arme Mädchen. Es soll so sein, wie du es haben willst, sagt er. Die Klage wird zurückgezogen, diktiert er dem Protokollführer. Der Beklagte macht eine Bewegung, als wollte er einen Einwand vorbringen. Was denn, was denn, schreit ihn der Richter an. Hast du vielleicht etwas dagegen? Der Beklagte lässt den Kopf noch tiefer sinken und sagt kaum hörbar, ach nein, es ist wohl am besten so. Der Richter sitzt noch einen Augenblick still, dann schiebt er den schweren Stuhl zurück, erhebt sich und geht rings um den Tisch zur Klägerin hin. Ich danke dir, sagt er und reicht ihr die Hand. Sie hat die Bibel jetzt fortgelegt und steht da und weint und trocknet die Tränen mit dem zusammengerollten Taschentuch. Ich danke dir, sagt der Richter noch einmal und ergreift ihre Hand so leicht und behutsam, als wäre sie etwas gar Feines und Kostbares. Ende von Im Gerichtssaal Aufgenommen von Welfenelfe Träume von Karoline von Gründer-Rode Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Träume Mein Freund war seit mehreren Tagen in einer benachbarten Stadt, da träumte mir, er habe Nachricht bekommen, die ihn nötige, nach Afrika zu reisen. Ich weinte heftig darüber. Den folgenden Tag kam er, um Abschied zu nehmen, weil er nach Italien reisen mußte. Ich hatte nie vorher daran gedacht, noch davon wissen können. Ich hatte zwei Schwestern. Die älteste liebte ich vorzüglich, weil sie mit mir eine große Ähnlichkeit der Gesinnung hatte. Ich war seit mehreren Wochen von ihr entfernt und dachte oft mit Sehnsucht und Liebe an sie, da träumte mir einst, diese beide Schwestern seien gestorben. Ich war sehr traurig darüber. Da erschienen mir ihre Geister in dem Hofe eines alten Hauses, in dem wir einen großen Theil unserer Jugend verlebt hatten. Sie traten beide aus einer dunklen Kammer, vor der ich immer eine gewisse Schauer gehabt hatte. Es war Nacht. Eine feuchte Herbstluft wehte und reichlicher Regen fiel herab. Meine ältere Schwester nahte mir und sprach. Eine ewige kalte Notwendigkeit regiert die Welt. Kein freundlich liebend Wesen. Ich erwachte. Es träumte mir noch mehrmals, sie sei gestorben, obgleich sie sehr gesund war. Nach zwei Jahren erfüllte sich der Traum. Beide starben kurz nacheinander. Ich hielt mich auf dem Lande bei einer Freundin auf. Diese machte Anstalten zu einer Reise nach Italien. Mir war es ein beständiger Schmerz, dass ich nicht Teil an dieser Reise nehmen sollte. Da meine Freunde mir doch oft Hoffnung dazu gemacht hatten, welches schon mehrmals unangenehme Erörterungen veranlaßt hatte. Nun träumte mir, ich wollte meine Freunde verlassen und sei deswegen beschäftigt, meinen Koffer zu packen. Da trat mein Freund ins Zimmer und sprach sehr unfreundlich über meinen Anspruch an dieser Reise. Ja, er begegnete mir so hart, dass ich in ein lautes Weinen ausbrach. Ich erwachte darüber und weinte wirklich so heftig, dass ich mir vergeblich vorstellte, es sei doch nur ein Traum gewesen. Um mich zu beruhigen, stand ich auf und trat ans Fenster. Der Tag war eben angebrochen. Es regnete sehr gelind, die Luft war lau, die Apfelblüten dufteten lieblich und in dem nahen Wald schlug der Kuckuck mit einförmlichen, melancholischen Tönen. Dies beruhigte mich, ich ging wieder zu Bette und entschlief. Den folgenden Morgen hatte ich eine sonderbare Empfindung. Es war mir, als habe der Traum etwas, das sonst hart in mir gewesen, in Wehmut zerschmelzt. Wunderbar erfüllte sich der Traum. Ich erlebte sehr bald eine äußerst unangenehme Szene mit meinen Freunden. Und gerade da ich meine Sachen packte, um sie zu verlassen, nur dass nicht die italienische Reise, sondern eine nach Würzburg der Grund davon war. Ende von Träumen Ein Nachmittag von Georg Heim Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Ein Nachmittag Beitrag zur Geschichte eines kleinen Jungen Die Straße kam ihm vor wie ein langer Strich. Die Leute, die an ihm vorübergingen, schienen ihm wie lauter aufgeblasene weiße Puppen. Was wußten sie auch von seiner Seligkeit? Er hatte sie gefragt, darf ich sie küssen? Der kleine Junge. Und sie hatte ihm ihren Mund hingehalten. Und er hatte sie geküsst. Und dieser Kuss brannte ihm tief in das Herz hinein, wie eine große, reine Flamme, die ihn erlöste, die ihn glücklich machte, die ihn selig machte. Götter, er hätte tanzen mögen vor Seligkeit. Und der Himmel lief über ihn dahin wie eine große, blaue Straße. Das Licht reiste nach Westen wie ein feuriger Wagen. Und alle die glühenden Häuser schienen sein glühendes Feuer wiederzustrahlen. Er hatte das Gefühl eines starken, brausenden Lebens, als hätte er noch nie so gelebt, als schwemme er wie ein Vogel hoch in der Luft, versunken in ewigem Äther, grenzenlos frei, grenzenlos glücklich, grenzenlos einsam. Und das unsichtbare Diadem der Glückseligkeit lag auf seiner eckigen Kinderstirn und verschönte sie wie eine nächtliche Landschaft unter dem weiten Aufbrechen eines Blitzes. Götter, ich werde geliebt, ich werde geliebt, wie man mich nur lieben kann. Er ging schneller, er kam ins Laufen, als wäre die gewöhnliche, gemessene Bewegung zu langsam für den Sturm, der in seinem Herzen brauste. Und so rannte er die Straße herab zum Strande und setzte sich an das Meer. O Meer, Meer! Und er erzählte dem Meer sein Erlebnis in einem kurzen Jauchzen, in einem zitternden Flüstern, in dem Taumel einer stummen Sprache. Und das Meer verstand ihn und hörte ihm zu, das Meer, auf dessen blauer, dröhnender Weite seit so vielen Jahrtausenden der Orkan der Freude und das Lallen der Qualen widerhallte, wie ein ewiger Wirbelsturm über einer ewig unberührten Tiefe. Er behütete ängstlich seine Einsamkeit. Wenn Menschen kamen, sprang er auf, lief er davon und kroch in die Dünen. Waren sie vorbei, so lief er wieder hervor ans Meer, dessen gewaltige Weite der einzige Becher war, in den er die Flut seines unendlichen Übermaßes fortgeben konnte. Allmählich wurde der Strand beliebter. Allenthalben blinkten weiße Kleider zwischen den Strandkörben vor, alte Damen kamen mit Büchern unter dem Arm. Helle Sonnenschirme wippten auf den schmalen Holzgängen, und die Kinder füllten wieder scharenweise die Sandburgen. Ruderboote fuhren aus, an den großen Segelkähnen wurden die Segel gehißt. Ein Fotograf wartete durch den Sand mit dem Kasten am Riemen über der Schulter. Er sah nach der Uhr. Noch eine halbe Stunde, noch neunundzwanzig Minuten, dann wird er sie treffen. Er wird sie an der Hand nehmen, sie werden zusammen in den Wald gehen, da, wo es ganz still ist. Und sie werden sich zusammen hinsetzen, Hand in Hand, verborgen im grünen Dickicht. Aber was soll er zu ihr reden, damit sie ihn nicht langweilig findet? Denn sie ist schon wie eine kleine Dame, man muß sie unterhalten, man muß Witze machen. Was soll er bloß zu ihr reden? Ach, er wird überhaupt nichts sprechen, sie wird ihn auch so verstehen. Sie werden sich in die Augen sehen, die werden sich genug sagen. Und dann wird sie ihm wieder ihren Mund hinhalten, er ihren Kopf leise in seinen Arm nehmen, so, so. Er probierte es an einer Ginsterstaude, und dann wird er sie küssen, ganz leise, ganz zart. Und so werden sie beieinander sitzen im Walde, beieinander, bis es dunkel wird. Oh, wie schön, wie schön, wie unermeßlich selig! Sie werden sich nie mehr verlassen. Er wird immer arbeiten, dann wird er schnell studieren, und eines Tages wird er sie heiraten. Und das Leben erschien dem Kinde wie eine klare, gerade Straße, die in einen Himmel von ewiger Bläue zieht, kurz, einfach, ohne Ereignisse, wie ein ewiger Garten. Er stand auf und ging über den Strand durch die spielenden Kinder, die Leute und die Strandkörbe hin. Ein Dampfer legte an, ein Strom von Menschen schwoll auf die Landungsbrücke zu. Es wurde geläutet. Er bemerkte nichts von alledem, alles, was sonst seine Aufmerksamkeit gefesselt hatte, war verschwunden. Sein Auge war nach innen gerichtet, als müßte er alle seine Zeit darauf verwenden, den neuen Menschen zu studieren, der da mit einem Male aus seinem verschlossenen Kern gekrochen war. Er kam an die Bank, wo er seine kleine Freundin treffen wollte. Sie war noch nicht da. Aber es war ja auch noch zu früh. Es fehlten ja noch zehn Minuten. Sie mußte wahrscheinlich erst noch Kaffee trinken, sicher hatte sie ihre Mutter noch nicht fortgelassen. Er setzte sich einige Minuten auf die Bank, stand dann wieder auf, lief einige Male in dem kleinen Baumrondell hin und her. Jetzt fehlten noch zwei Minuten, jetzt mußte sie doch eigentlich schon zu sehen sein. Er schaute den Weg herunter nach ihr aus, aber der Weg blieb leer. Seine Bäume verbargen niemand. Sie standen sanft vergoldet von der Nachmittagssonne ruhig in der Windstille, und durch ihr Laub zitterte das Licht auf den Weg wie auf den Grund eines goldenen Baches. Der Laubgang war wie eine große, grüne, stille Halle, und hinten in seinem Tore zitterte ein kleiner, blauer Streifen, fern, wo Meer und Himmel ineinander verflossen. Er zitterte. Er fühlte, wie sich etwas in ihm zusammenzog. Warum kommt sie nicht? Warum kommt sie nicht? Ach, ist das nicht ihr Hut? Ist das nicht das weiße Band? Das ist sie, das ist sie. Und das Tor seiner Seele sprang auf, er fühlte sich wie von einem Sturme geschüttelt, er lief ihr entgegen. Als er näher kam, sah er, dass er sich getäuscht hatte. Das war sie ja gar nicht, das war jemand anderes. Und in demselben Augenblick war ihm, als würde etwas in ihm erstickt, als sollte er erwürgt werden. Er hatte plötzlich dasselbe Gefühl, das er einmal gehabt hatte, als er aus einem Hause geführt wurde, in dem er an einem Totenbette gestanden hatte, eine Art Ekel oder Widerwillen vor sich selbst. Dieses eigentümliche, besondere Gefühl bemächtigte sich seiner immer dann, wenn ihm etwas Unangenehmes entgegentrat, dem er nicht ausweichen konnte, eine mathematische Arbeit, eine Zensur. Aber so stark wie eben hatte er es noch nicht gefühlt. Er konnte es beinahe auf der Zunge schmecken, bitter, wie etwas Graues. Sein Blut schien zu stocken, ihn überkam eine Trägheit, die ihm unheimlich war. Seine Stirn war klein und grau, als hätte jemand sie mit einem Schatten seiner Hand bedeckt. Er ging langsam nach dem Rondell zurück. Aber sie wird noch kommen, gewiß. Sie konnte sich ja verspäten, wenn sie nur noch käme. Seinethalben konnte sie ja eine Viertelstunde zu spät kommen, wenn sie nur überhaupt käme. Er sah wieder nach der Uhr. Die Zeit war vorbei, und der Sekundenzeiger lief immer weiter hinaus, wie eine kleine dünne Spinne in einem silbernen Käfig. Ihr kleiner Fuß trat auf die Sekunden, die in kleinen Strichen hinter ihr hinfielen, wie eine Art winzigen Staubes auf einer winzigen Landstraße. Nun waren schon vier Minuten vorbei, nun schon fünf, und der Minutenzeiger stieg immer weiter auf den Stufen seiner kleinen Treppe herauf. Er wollte ihr entgegengehen. Aber wenn sie nun von der anderen Seite käme, was dann? Und er schwankte. Sollte er bleiben? Sollte er gehen? Aber seine Unrast trieb ihn fort. Er lief wieder einige Schritte den Weg herunter. Dann blieb er wieder stehen. Er kehrte wieder um. Er setzte sich auf die Bank, sah vor sich hin. Und mit jeder Minute verlor sich seine Zuversicht mehr. Bis um fünf Uhr wollte er noch warten. Vielleicht käme sie noch. Aus der Ferne hätte man ihn für einen alten Mann halten können, wie er da saß. Gekrümmt, in sich verkrochen wie jemand, über den viele Jahre Kummers dahingegangen sind. Er stand noch einmal auf und ging langsam noch ein paar Schritte über den Schauplatz seiner kindlichen Tragödie. Von fern hörte er eine Uhr schlagen. Aber das war noch zu früh. Er verglich sie mit seiner Taschenuhr. Sicher, die dort schlug zu früh. Es fehlten noch drei Minuten an fünf. Und in diesen drei Minuten bäumte sich noch einmal die Hoffnung in seinem Herzen auf, »Die Sehnsucht, wie eine sterbende Flamme aus einem verlöschenden Brande, wie das Fanal des Lebens aus dem letzten Herzschlag eines Sterbenden.« Jetzt, jetzt war es soweit. Jetzt schlugen alle Türme aus der Stadt hinter dem Walde. Er sah eine Glocke schwingen in der klaren Luft oben im Schallloch eines Kirchturms. Und bei jedem dieser dröhnenden Schläge war es ihm, als würde ihm langsam, ruckweise, um seine Qual zu verlängern, das Herz aus der Brust gerissen. »So, so, jetzt wird es bald draußen sein«, dachte er. Die Türme schwiegen, es wurde wieder still. Und in seiner Brust wurde es ganz leer. Es war ihm, als wäre darin ein großes, hohles Loch, als trüge er etwas Totes in sich herum. Es kam ihm so vor, als hätte ihm jemand etwas Dumpfes in sein Blut gegossen. Davon wurde sein Kopf so schwer, davon wurde er so müde. Über einem sonnigen Teich, der durch die Bäume der Anlagen herüberschimmerte, zeigten sich einige Rauchwolken aus dem Schornstein des Badehauses. Sie verflogen im Wind. Er sah ihnen teilnahmslos nach, wie sie im Lichte zergingen. Ein paar Stimmen wurden hinter den Büschen laut. Ein paar Kindermädchen kamen, die die Kinderwagen vor sich her schoben. Sie setzten sich ihm gegenüber auf die Bank im Rondell, sie hoben die Kinder aus den Wagen, die sogleich über einen Sandhaufen purzelten. Da stand er auf und ging fort, langsam, gedankenlos. Er kam wieder an den Strand herunter. Er ging wieder durch die Strandkörbe. Da saßen noch die alten Damen mit ihren Büchern. Da stand der Fotograf vor einer Gruppe von Menschen. Er mußte wohl einen Witz gemacht haben, denn alle hatten lachende Gesichter. Er wurde von seiner Leidenschaft nach dem Strandkorbe hinübergetrieben, indem er am Mittag den Kuss bekommen hatte, wie ein kleines Schiff, das der Sturm erbarmungslos auf einen Felsen jagt. Vielleicht saß sie darin. Das war seine letzte Hoffnung. Er schlich sich vorsichtig zwischen den Strandkörben durch, immer näher, und die rote Fahne schien ihn von dem Dache heranzuwinken. Nun war er ganz nahe. Eine ungewisse Angst hieß ihn stehen bleiben. Da hörte er ihre Stimme. Sie lachte. Und nun wieder eine andere Stimme. Das war eine Knabenstimme. Er schlich vorsichtig weiter in einem Bogen herum. Er warf sich in den Sand und kroch auf allen Vieren vorwärts. Als er so weit war, daß er sie sehen konnte, legte er sich hinter einen Sandhügel und hob den Kopf etwas über den Rand herauf. Da saß sie auf dem Schoß eines Jungen. Der Junge bog ihren Kopf herunter, gab ihr einen Kuss, dann ließ er ihn los. Seine Hand griff nach ihrem Bein und fuhr langsam daran hinauf, und sie lehnte sich an die Schulter des Jungen weit zurück. Der kleine Junge zog seinen Kopf wieder zurück und kroch davon, mechanisch ein Bein hinter dem anderen, eine Hand hinter der anderen. Er empfand eigentlich nichts, keinen Schmerz, keine Qual. Er hatte nur den einzigen Wunsch, sich zu verstecken, irgendwo hinkriechen und dann ganz still liegen, irgendwo sich einen kleinen Flick suchen im Strandhafer. Als er weit genug war, erhob er sich aus dem Sand, ging er fort. Auf seinem Wege traf er einen Schulkameraden, er verkroch sich hinter einem Zelt vor ihm. Von rechts kam seine Mutter und rief ihn herüber. Er tat, als hätte er nichts gehört. Er begann zu laufen, über die Strandkörbe und über die Menschen hinaus. Und bei seinem Laufen kam ihm plötzlich der Gedanke, daß er heute schon einmal so gelaufen war, mittags, als er so glücklich gewesen war. Da übermannte ihn die Qual. Er rettete sich schnell die Dünen herauf. Oben warf er sich hin, das Gesicht in den Halmen. Der Strandhafer nickte über seinem Kopf wie ein Wald, ein paar Libellen kamen summend durch die Halme. Und das war das erste Mal im Leben des Knaben, daß er an einem Tage den Becher der Seligkeit und den der Qual trank. Er, der verurteilt war, noch oft von den Extremen der tiefsten Qualen und des wildesten Glückes erschüttert zu werden, wie ein kostbares Gefäß, das durch viele glühende Flammen gewandert sein muß, ohne zu zerspringen. Ende von Ein Nachmittag Das Gespenst von Manfred Küber Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Das Gespenst Es spukte in der Küche, ich ziehe zum Ersten, sagte meine Köchin, als sie morgens das Frühstück brachte. Und ihre Gesichtsfarbe war eine Mischung von Kalk und Käse. Das ist Blödsinn, sagte ich ruhig und beherrscht. Aber es lief mir kalt über den Rücken, denn niemand kann solche Eierkuchen backen wie meine Köchin. Und die Aussicht, ohne solche Eierkuchen zu lieben, war entsetzlich. Es ist kein Blödsinn, sagte die gequälte Frau. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Es hat geheult und gestöhnt und geschlappt wie mit einem Tuche. Es war ein Leichentuch, das geschlappt hat. Wann war das? Um Mitternacht. Ich überlegte. Lassen Sie mir einige Nächte Zeit, sagte ich schließlich. Ich werde dafür sorgen, dass es nicht wieder vorkommt. Die Lage war klar. Ich hatte zu wählen zwischen einem Gespenst und den Eierkuchen. Ich setzte mich an den Schreibtisch und schrieb folgenden Brief. Sehr geehrter Herr Gespenst, meine Köchin beschwert sich, dass Sie in der Küche spuken. Sie sollen heulen, stöhnen und mit einem Leichentuch schlappen. Ich ersuche Sie, das zu unterlassen. Meine Köchin kündigt mir sonst und sie ist die einzige in der Stadt, die gute Eierkuchen backen kann. Wenn Sie spuken wollen, so beschränken Sie sich auf mein Arbeitszimmer oder wählen Sie die Stunden, wenn meine Köchin ausgeht. Ich gestatte mir hinzuzufügen, dass Sie sich stark in exorzistischen Unannehmlichkeiten aussetzen werden, wenn Sie sich meiner häuslichen Ordnung nicht fügen. Hochachtungsvoll und meine Unterschrift. Am anderen Morgen nahm ich das Papier wieder zur Hand. Es war ein Totenkopf darauf gezeichnet, mit einigen Knochen, die sardellenartig übereinander lagen. Darunter stand, Ich bin kein Mann, sondern eine Frau. Ich kann spuken, wo ich will. Von meiner Spukstunde kann ich nicht abweichen, grundsätzlich nicht. Mit gespensterlichem Gruß, Leonore Sanftleben, Gespenst. Die Portierfrau, die nachts zur Beruhigung bei der Küchin gewacht hatte, erklärte, dass sie es auch heulen, stöhnen und schlappen gehört habe, dass es in der Küche Glühwürmchenartig geleuchtet habe und dass sie, die Portierfrau, selber gesehen habe, wie jemand mit dem Kopf unter dem Arm an ihr vorbeigestrichen sei, wobei ein kalter, grabähnlicher Hauch sie, die Portierfrau, berührt habe. Die Köchin kündigte. Mir wurde eiskalt wegen der Eierkuchen. Frau Leonore Sanftleben musste fort. Ich wusste ja nun immerhin einigermaßen, mit wem ich es zu tun hatte. Es war ein weibliches Gespenst, darum die Hinneigung zu den Küchenräumen. Es war ferner eine Dame mit Grundsätzen, aber welche Dame hat keine Grundsätze? Und schließlich sind Grundsätze doch dazu da, um überwunden zu werden und besonders solche von Damen. Schön musste Frau Sanftleben nicht sein, sonst würde sie nicht den Kopf unter dem Arm tragen. Na, wir werden ja sehen, dachte ich, setzte mich an den Schreibtisch und schrieb folgenden Brief. Frau Leonore Sanftleben, Gespenst hier. Sehr geehrte, gnädige Frau, ich bestätige Ihnen dankend Ihre werten Zeilen von der gestrigen Nacht und bitte sich höflichst, sich heute um Mitternachts zwecks einer Unterredung mit mir in meinem Clubsessel freundlichst materialisieren zu wollen. Mit gespensterlicher Empfehlung, hochachtungsvoll ergebenst und die Unterschrift. Um Mitternacht saß ich an meinem Schreibtisch und wartete. Der Clubsessel stand seitwärts am Fenster, so dass er vom Mondlicht voll beschienen wurde, um Frau Sanftleben die Materialisation zu erleichtern. Ich hatte beschlossen, die Angelegenheit höflich, aber sehr sachlich zu erörtern und hatte mir kurz die nötigen Notizen gemacht. Eulen, Stöhnen, Schlappen, Leichentuch, Glühwürmchenartiges Licht, Grabeshauch, Kopf unter dem Arm. Die Uhr schlug zwölf. Das Zimmer verdunkelte sich und unter der Sofaecke kamen stöhnende Laute hervor. Hu, hu, hu. In asthmatischen Abständen. Sind Sie das, gnädige Frau? fragte ich. Hu, hu. Sind Sie unter dem Sofa, gnädige Frau? Hu, hu. Ich dachte an die Eierkuchen. Gnädige Frau, ich bin kein Teppich, sagte ich energisch. Ich kann nicht zu Ihnen unter der Sofa kriechen. Ich habe Sie gebeten, sich auf meinem Clubsessel zu materialisieren. Bitte nehmen Sie Platz. Auf dem Clubsessel erschien ein zitternder Schleier, formlos und unsympathisch. Gnädige Frau, entwickeln Sie sich jetzt bitte. Ich kann mich nicht mit einem Schleier, einem Gegenstand der Konfektion unterhalten. Ich habe Frau Sanftleben nicht einen Lappen hierher gebeten. Jetzt wuchs der Schleier und wurde gräulich groß. Wenn daraus Frau Sanftleben werden sollte, so musste sie viel Raum für ihre gespensterliche Existenz benötigen. Endlich saß sie vor mir, im Reifrock, eine ältere Dame, durchsichtig und korpulent. Ihr Busen wogte und sie phosphoreszierte heftig. Phosphoreszieren Sie bitte nicht so unangenehm, sagte ich. Ich habe Sie hierher gebeten, um mich über Ihre Spukangelegenheiten zu unterhalten, nicht um Ihre transparenten Eigenschaften zu bewundern oder Ihre selbsttätige Leuchtfähigkeit festzustellen. Mein Herr, sagte Frau Sanftleben und in ihrem Kopf glühten zwei Augen auf, dass glühende Kohlen ein alberner Scherz dagegen waren. Brennen Sie keine Löcher in meinen Clubsessel, sagte ich, und nun will ich, um auf den Zweck unserer Unterredung zu kommen, einige Fragen an Sie richten. Warum spucken Sie hier, gnädige Frau? Ich bin in diesem Hause gestorben, sagte Frau Sanftleben und seufzte. Meine aufrichtige Teilnahme, sagte ich, aber Ihrem Kostüm nachzuurteilen ist das ziemlich lange her, und Sie sollten sich darüber nicht mehr echauffieren. Außerdem, wenn ich sterben würde, so würde ich das doch eher als eine Andeutung auffassen, das Haus zu verlassen. Nein, man spuckt im selben Haus grundsätzlich, sagte Frau Sanftleben und klapperte demonstrativ mit ein paar toten Knochen in ihrer Hand. Was heißt, man spukt? Das ist doch mehr als veraltet, ich dachte, Sie wären selbstständiger. Ich bleibe hier und ich spuke hier, sagte Frau Sanftleben. Ich verlor die Geduld nicht. Gut, gnädige Frau, sagte ich, bleiben Sie hier und spuken Sie hier, aber nehmen Sie Rücksicht auf meine Köchin und meine Eierkuchen. Wählen Sie eine andere Stunde. Zwölf Uhr nachts ist allgemein üblich, es ist Gespenst der Usance, auch empfangen Sie dann ja keine Besuche. Das möchte ich nicht unbedingt sagen, meinte ich, aber wenn ich um diese Stunde Besuche empfange, so sind das Zeitgenossinnen anderen Datums und keine Damen von mehr als hundert Jahren, die phosphoreszieren und transparent sind. Im Übrigen handelt es sich weniger um mich als um meine Köchin und meine Köchin fürchtet sich, weil sie stöhnen und klühen und sich groteske Scherze mit ihrem Kopf verlauben. Ich sah auf meinen Notizen, ferner hauchen sie einen kalten Grabesduft aus und schlappen mit einem Leichentuch. Frau Sanftleben fuhr auf. Das ist kein Leichentuch, sondern ein Staubtuch. Ich wische Staub, mein Herr. Ich habe mein ganzes Leben lang Staub gewischt. Alles wird Staub. Auch Sie werden Staub werden. Das weiß ich. Aber solange ich noch nicht Staub bin, will ich Eierkuchen essen. Und wenn Sie meine Köchin vorthollen und fortglühen, so bekomme ich keine Eierkuchen mehr. Frau Leonore Sanftleben, unsere Unterredung ist beendet. Ich frage Sie, ob Sie gehen wollen oder nicht. Ich lasse Ihnen fünf Minuten Bedenkzeit. Frau Sanftleben phosphorestierte in scheulicher Weise. Dann nahm Sie Ihren Kopf von den Schultern und setzte ihn auf den Schoß. Jetzt riß mir die Geduld. Frau Sanftleben, machen Sie keine Kunststücke, hier ist kein Varieté, schrie ich Sie an. Staub, 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 leitete der Kopf auf Ihrem Schoß. Staub, Staub. Eine herrliche Idee kam bei diesen Worten. Staub war sie, Staub wollte sie und Staub sollte sie haben. Ich ergriff den Vakuumsauger schaltete ihn ein und presste das Mundstück des Schlauches auf den phosphoristierten Busen von Frau Sanftleben. Der Schlauch schluckte und schluckte und Frau Sanftleben verschwand mitsamt dem separaten Kopf, dem Glühen, Stöhnen und aller Transparenz und Phosphoreszenz im Vakuomapparat. Er spukt nicht mehr und ich esse Eierkuchen. Der Vakuomapparat aber arbeitet so wie nie zuvor. Frau Sanftleben hat ihren Beruf darin gefunden. Ende von Das Gespenst Bentheim von Ludolf Wienbach Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Bentheim Ich rufe mir gern den Abend ins Gedächtnis zurück, als ich nach einer lästigen und langweiligen Reise über die Westfälische Heide hinter Osnabrück mich im Städtchen Bentheim an der Grenze von Deutschland und Holland eine halbe Nacht ausruhte. Es war ein lieblicher elfenartiger Mondschein im Frühjahr 1831. Der Postilion fuhr mich halb im Schlafe die dunkle Schlucht nach Bentheim hinunter, zu gleicher Zeit bließe einige schlaftrunkene Stoßseufzer auf seinem Horn. Es klang mir wie Schlaf wohl mein liebes Deutschland Liebes Deutschland Schlaf wohl Die Bentheimer hatten schon ihre Lichter ausgetan und sich aufs Ohr gelegt, aber im Posthause gab es noch muntere Leute. Soeben war ein russischer Feldjäger nach dem Haag durchgegangen und der Postmeister dampfte noch von den neuesten Nachrichten, die er vermutlich aus dem Felleisen herausgeruchen. Er nötigte mich sehr artig in sein Haus. Im Hintergrunde der hohen westfälischen Scheundiele brannte lustiges Feuer. Ringsherum saßen am Spinnrade der Frau Postmeisterin Mägde mit feldbraunen Gesichtern und westfälischen Schinkenhüften. Dicht an der Flamme kauerte ein altes Weib, die einen Fadenspann, der immer zerriß, und eine Gespenstergeschichte erzählte, die ihr böser Husten alle Augenblicke unterbrach. Müde und zuerstoßen, wie ich war, ließ ich mir ein Zimmer geben, um einige Stunden zu schlafen. Allein ich konnte kein Auge zu tun. Ich stand daher wieder auf und machte einen Spaziergang im Freien, der mich aus Bentheimer Schloss führte. Die Natur hat bei Bentheim einen Fels hingeworfen. Die alten Grafen von Bentheim haben sich darauf Feudalita eingerichtet und ihre Untertanen, die treuen Bentheimer, haben sich unten im Tal angesiedelt und machen seit Uralters Pergament. Gute Deutsche, die Bentheimer, obgleich sie an der Grenze wohnen. Sie machen Pergament, Schuhleder für die Pfauenfüße des deutschen Hochmut Teufels. Das alte Schloss von Bentheim ist massiv und fest gebaut. Ich erinnere mich aus der Zeit, als ich Heinrichs Deutsche Reichsgeschichte las, dass die von Bentheim sich oft hinter diesen Mauern und Türmen verteidigt. Sonst kenne ich die Geschichte derer von Bentheim nicht ganz genau. Ich glaube, sie sind aus Grafen zu Fürsten promoviert. Aber das Wappen über ihrem Schlosse vergesse ich hochgewölbter, blaustählerner Schild, im Mittelfelde ein silberner Halbmond, rings zerstreut funkelte Sterne. Alles in natürlicher Größe und fast übernatürlichem Glanze. Eine schöne Nacht. Der Mond spiegelte sich in den Bogenfenstern des Schlosses und vor dem Tor stand ein Bentheimer Schildwache. Ein Bentheimer Soldat ist an sich schon keine geringe Merkwürdigkeit, wenn man bedenkt, dass die Flora Soldadesca Benzemiana eine der selten Gewächse in Europa ist und kaum ein Dutzend Exemplare davon auf diesem Felsen krüppeln. Aber der oben schildernde Bentheimer hatte in meinen Augen noch einen besonderen und fast rührenden Reiz. Es war ein alter Mann. Er sah so alt, so grau, so märchenhaft aus im Mondschein, dass sich ihn anfangs für das Gespenst der Deutschen Reichsarmee hielt, die der alte Fritz im siebenjährigen Kriege in die Pfanne hieb. Dann dachte ich wieder, er lebt noch und er wartet nur, als ein treuer Soldat den Tod auf seinem Posten. Er kreuzte seine Arme über seinem Schießgewehr, dessen rotverrosteter Lauf keinen Strahl des Mondes mehr auffing, ebenso wenig wie seine Augen, die unter langen grauen Wimpern klein und blind in den Nachthimmel hinausstarrten. Sie suchten dort oben etwas, oder er sah etwas, vielleicht sah er den Himmel offen, den lieben Gott, mit Caroli Magnibat und Zepter, sitzend auf kaiserlichem Thron, an seiner Seite die Paladine des Reiches, die Erzengel, den Erzmundschenken, die apostolischen Nundchen St. Peter, St. Paul und so weiter. Auf der Himmelswiese die Reichsarmee der Seligen, die seligen Reichsbürger und den ganzen seligen Pöbel, hier und da einhauende Cherubime, welche im Himmel als Polizeibeamte angestellt sind. Denn Lavater in seinen Aussichten in die Ewigkeit mag sich die Sache vorstellen, wie er will. Ich behaupte, dass die Polizei im Himmel ebenso nötig wie auf Erden und vielleicht noch nötiger ist. Der Bauer, ich will nur von Bauern sprechen, ist weder gewöhnt an den himmlischen Müsigang seines Pfaffen, noch an den Weltlichen seines gnädigen Herrn, und man weiß, wie er's treibt, wenn er hier unter dem Mond an Sonn- und Feiertagen nur ein bißchen selig ist. Dort oben aber, wo er einen ewigen Sonntag feiert, wo er nicht mehr pflügt und trischt, nicht mehr schwitzt und keucht, nicht mehr geplackt und geschunden wird, dort oben, meine ich, wird er vor Seligkeit sich kaum zu lassen wissen. Gnade Gott, wenn sein gnädiger Juncker ihm in den Wurf kommt, er macht ihn selbst im Himmel tot. Daher auch jener mecklenburgischer Edelmann vom lieben Gott sich einen gesperrten Sitz im Himmel ausbad. Ende von Bentheim Kapitel 1 von Der Spieler Roman aus dem Badeleben von Fedor Dostoyevsky Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Spieler Roman aus dem Badeleben von Fedor Dostoyevsky nach dem russischen Original bearbeitet von August Scholz Kapitel 1 Nach 14-tägiger Abwesenheit bin ich endlich zurückgekehrt. Unsere Herrschaften befinden sich schon seit drei Tagen in Roulettenburg. Ich dachte, dass sie mich, Gott weiß, wie sehnsüchtig erwarten würden, doch war ich im Irrtum. Der General blickte äußerst selbstbewusst rein, sprach mit mir sehr von oben herab und schickte mich bald zu seiner Schwester. Es unterlag keinem Zweifel, dass sie irgendwoher Geld bekommen hatten. Es schien mir sogar, als ob der General sich ein klein wenig vor mir schämte. Ich begab mich in das Zimmer seiner Schwester. Maja Filipovna war sehr beschäftigt und hörte meinen Bericht nur ganz flüchtig an. Das Geld jedoch nahm sie und zählte es sogleich vor meinen Augen nach. Zum Diner wurde Marquis de Crié und außerdem irgendein Engländer erwartet. Es musste wie gewöhnlich hoch hergehen, ganz nach Moskauer Art, denn es war ja Geld da. Polina Alexandrovna fragte, als sie mich sah, weshalb ich so lange geblieben wäre, ging jedoch fort, ohne eine Antwort abzuwarten. Natürlich hat sie das absichtlich getan, wir müssen uns jedoch einmal aussprechen. Es hat sich während meiner Abwesenheit recht viel angesammelt. Man wies mir ein kleines Zimmerchen im vierten Stockwerk des Hotels an. Es heißt hier, dass ich zur Suite des Generals gehöre. Es scheint nach allem, dass es ihnen gelungen ist, von sich reden zu machen. Den General hält man hier allgemein für einen sehr reichen russischen Magnaten. Noch vor dem Mittagessen hatte er mir den Auftrag gegeben, 2000 Francs Billets zu wechseln. Ich wechselte sie im Controir des Hotels. Jetzt wird man uns sicher als Millionäre betrachten, wenigstens eine Woche lang. Ich wollte Mischa und Nadia mit mir nehmen und mit ihnen spazieren gehen. Auf der Treppe jedoch rief man mich zum General. Er hatte es für gut befunden, sich zu erkundigen, wohin ich mit ihnen ginge. Dieser Mensch kann mir in der Tat nicht offen in die Augen sehen. Er möchte es wohl sehr gern, doch begegne ich ihm jedes Mal mit einem so durchdringenden, respektwidrigen Blicke, dass er fast in Verwirrung gerät. In schwülstigen, gespreizten Worten, die zuletzt ziemlich konfus wurden, gab er mir zu verstehen, dass ich mit den Kindern nicht in der Nähe des Kurhauses bleiben, sondern weiter in den Park hineingehen sollte. Er redete sich schließlich in einen heftigen Ärger hinein und bemerkte in schroffen Tone, »Sie sind womöglich imstande, die Kinder in den Spielsaal an die Roulette zu führen. Entschuldigen Sie nur,« fügte er hinzu, »aber ich weiß, dass sie ziemlich leichtsinnig und unüberlegt sind, um sich aufs Spielen einzulassen. Nun, ich bin zwar nicht Ihr Mentor und habe durchaus keine Lust, die Rolle eines solchen auf mich zu nehmen, doch darf ich jedenfalls verlangen, dass Sie mich sozusagen nicht kompromittieren.« »Aber ich habe ja gar kein Geld,« antwortete ich ruhig. »Um Geld zu verspielen, muss man doch erst welches besitzen.« »Sie werden sofort Ihr Geld bekommen,« versetzte der General mit leichtem Erröten. Er stöberte in seinen Schreibtische umher und sah in seinem Notizbuche nach. Es erwies sich, dass ich gegen 420 Rubelsilber bei ihm gut hatte. »Ja, wie wollen wir das machen?« wandte er sich an mich. »Wir müssen das Geld in Thaler umrechnen. Nun, da nehmen Sie vorläufig in runder Summe 100 Thaler. Der Rest wird Ihnen nicht verloren gehen.« Schweigend steckte ich das Geld ein. »Nehmen Sie nur, bitte, meine Worte nicht übel, sie sind so empfindlich. Wenn ich Ihnen vorhin etwas sagte, so geschah es nur, um Sie gewissermaßen zu warnen, und dazu habe ich doch wohl einiges Recht.« Als ich vor dem Diner mit den Kindern nach Hause zurückkehrte, begegnete ich einer ganzen Kavalkade. Unsere Herrschaften hatten mit einigen Bekannten einen Ausflug gemacht, um irgendwo in der Nähe eine Ruine in Augenschein zu nehmen. »Zwei prächtige Kaleschen. Und was für Pferde!« Mademoiselle Blanche saß mit Maja Philippowna und Paulina in dem einen Wagen, der Franzose, der Engländer und unser General trabten hoch zu Ross neben ihnen her. Die Spaziergänger blieben stehen und schauten ihnen nach. Sie machten entschieden Effekt. Wenn das nur dem General nicht schlecht bekommt. Ich berechnete, dass sie mit den 4.000 Fonds, welche ich gebracht hatte, und der Summe, die sie offenbar hier aufgenommen hatten, zusammen etwa 7.000 bis 8.000 Fonds haben konnten. Das ist doch recht wenig für Mademoiselle Blanche. Mademoiselle Blanche logiert gleichfalls zusammen mit ihrer Mutter in unserem Hotel. Auch der Franzose scheint hier irgendwo zu wohnen. Die Kellner nennen ihn Herr Graf und die Mutter der Mademoiselle Blanche, Frau Gräfin. Vielleicht sind sie wirklich Graf und Gräfin. Ich wusste, dass der General mich schwerlich mit dem Grafen bekannt machen würde, denn der Herr Graf hat in Russland gelebt und weiß, was für ein nichtssagendes Geschöpf ein Uchitel ist. Und dennoch kenne ich den Herrn Grafen, und auch er kennt mich ganz gut, obwohl er jedenfalls sich so stellen wird, als ob es nicht der Fall wäre. Nun, wie es ihm beliebt. Zum Mittagessen erschien ich unaufgefordert. Der General hatte mich jedenfalls vergessen, sonst hätte er mich sicherlich an die Table dort geschickt. Er schien ziemlich unzufrieden, als er mich erblickte, aber die gute Maja Filipovna wies mir ohne weiteres einen Platz an. Ich sah mich um und war sogleich aus aller Verlegenheit. In dem eingeladenen Engländer erkannte ich sofort Mr. Astley, einen alten Bekannten. So war ich doch nicht ganz verloren in der Gesellschaft. Diesen merkwürdigen Engländer hatte ich das erste Mal auf einer preußischen Eisenbahn im Coupé gesehen, als ich unseren Herrschaften nachreiste. Dann traf ich an der französischen Grenze mit ihm zusammen. Zuletzt war ich ihm in der Schweiz begegnet, und nun sollte ich ihn plötzlich hier in Roulettenburg wiedersehen. Niemals im Leben habe ich einen verschämteren Menschen kennengelernt. Er ist verschämt bis zur Albernheit und ist sich dessen natürlich auch bewusst, denn er ist keineswegs dumm. Dabei ist er sehr sanft und liebenswürdig. Ich hatte sogleich beim ersten Zusammentreffen in Preußen ein Gespräch mit ihm angeknüpft. Er erzählte mir, dass er im Sommer am Nordkap gewesen sei und dass er ganz so gern zur großen Messe nach Nischninovgeroth reisen möchte. Ich weiß nicht, wie er mit dem General bekannt geworden sein mag. Es scheint, dass er in Polina sterblich verliebt ist. Er ist feuerrot geworden, als sie eintrat. Er war sehr erfreut, dass ich mich bei Tische neben ihn setzte und scheint mich bereits als seinen Busenfreund zu betrachten. Die Gesellschaft hatte Platz genommen. Der Franzose nahm den Mund sehr voll und betrug sich überhaupt gegen alle sehr aufgeblasen und geringschätzig. Und doch weiß ich genau, dass er in den Moskauer Salons den Hans Wurst spielte und die Leute mit Seifenblasen belustigte. Er sprach sehr viel von Finanzen und von russischer Politik. Der General wagte ihm, bisweilen zu widersprechen, doch tat er es in bescheidener Weise mehr zum Scheine, um sich seine Würde nicht ganz zu vergeben. Ich befand mich in einer merkwürdigen Gemütsverfassung. Wohl zum hundertsten Male stellte ich mir die Frage, weshalb ich mich eigentlich mit diesem General herumschleppe und nicht schon längst davon gelaufen bin. Bisweilen warf ich einen Blick nach Polina Alexandrovna. Sie schien mich durchaus nicht zu bemerken. Das Ende vom Liede war, dass ich wütend wurde und den Grobian zu spielen beschloss. Ich begann damit, dass ich mich ganz plötzlich laut und unaufgefordert in die Unterhaltung mischte. Namentlich hatte ich es auf den Franzosen abgesehen. Ich unterbrach ihn ohne weiteres und bemerkte, indem ich mich an den General wandte, dass es in diesem Sommer für einen Russen ganz unmöglich gewesen sei, sich irgendwo im Hotel an die Table dort zu setzen. Der General betrachtete mich ganz verwundert. Wenn man auch nur einige Selbstachtung besitzt, fuhr ich fort, dann kann man ganz bestimmt gewärtigen, von dem ersten Besten mit Beleidigungen und moralischen Nasenstübern traktiert zu werden. In Paris, am Rhein, in der Schweiz, überall wimmelt es von Polen und das übrige Publikum, namentlich die Herren Franzosen, nehmen so offen für sie Partei, dass ein Russe einfach den Mund halten muss, wenn er sich nicht Unannehmlichkeiten aussetzen will. Ich hatte Französisch gesprochen. Der General sah mich ganz verdutzt an und war sichtlich im Zweifel darüber, ob er auf mich böse werden oder nur darüber staunen sollte, dass ich mich so vergessen konnte. Es scheint, dass man ihnen irgendwo eine tüchtige Lektion erteilt hat, bemerkte der Franzose in verächtlichem Tone. Ich hatte in Paris einen Streit mit einem Polen, antwortete ich, und mit einem französischen Offizier, der dem Polen beistand. Die übrigen Franzosen jedoch stellten sich auf meine Seite, als ich ihnen nämlich erzählte, dass ich dem päpstlichen Nunzius in den Kaffee spucken wollte. Was? In den Kaffee spucken? fragte der General ganz verblüfft, indem er sich rings im Kreise umsah. Der Franzose blickte mich ungläubig an. Allerdings in den Kaffee spucken, versetzte ich. Ich glaubte nämlich, ich würde in ihren Angelegenheiten einen Abstecher nach Rom machen müssen, und so begab ich mich in die Kanzlei des päpstlichen Nunzius in Paris, um meinen Pass visieren zu lassen. Dort empfing mich ein Abbé von etwa 50 Jahren mit einer ausgedörrten, frostigen Physiognomie. Er hörte mich höflich an und bat mich dann in trockenem Tone ein wenig zu warten. Ich hatte es zwar eilig, doch setzte ich mich schließlich, nahm eine französische Zeitung aus der Tasche und begann die Schmähungen zu lesen, mit welchen dieselbe uns Russen bewarf. Da hörte ich auf einmal, dass jemand durch das anstoßende Zimmer sich zu Monsignore begab und sah, wie mein Abbé sich vor dem Ankömmling verbeugte. Ich wandte mich nochmals an ihn mit meiner Bitte und er ersuchte mich in noch trockenerem Tone zu warten. Nach einer Weile erschien wieder jemand, dem Anschein nach ein Österreicher, der ein geschäftliches Anliegen hatte und ohne weiteres zum Nunzius vorgelassen wurde. Das brachte mich vollends auf. Ich erhob mich, trat an den Abbé heran und sagte in entschiedenem Tone, dass, wenn Monsignore empfängt, er auch meine Angelegenheit erledigen könne. Der Abbé trat ganz erstaunt einen Schritt zurück, als ob er nicht Begriffe, wie ein elender Russe in dieser Art mit ihm sprechen konnte und fragte wegwerfend, indem er mich vom Kopf bis zu den Füßen maß, Sie glauben also, dass Monsignore sich ihretwegen beim Kaffee stören lassen wird? Da begann auch ich zu schreien, und zwar noch lauter als der Herr Abbé. So wissen Sie denn, rief ich, dass ich auf den Kaffee Ihres Monsignore einfach spucke. Wenn Sie mir nicht sofort meinen Pass in Ordnung bringen lassen, will ich ihm selber meinen Besuch machen. Was? In dem Augenblick, da der Kardinal bei ihm ist, schrie der Abbé ganz starr vor Schrecken, indem er sich mit ausgebreiteten Armen vor der Tür aufpflanzte, als ob er eher sterben als mich vorlassen wollte. Da erklärte ich ihm, dass ich ein Ketzer und ein Barbar sei, und dass mir alle diese Erzbischöfe, Kardinäle und Monsignore, in höchstem Grade gleichgültig wären. Meine Miene belehrte ihn, dass ich von meinem Vorhaben durchaus nicht abstehen würde, so nahm er denn, indem er mir einen Blick voll grenzenlosen Hasses zuwarf, meinen Pass und trug ihn nach oben zu Monsignore. Eine Minute später war alles in Ordnung. Da, wollen Sie sich das Ding einmal ansehen? Ich zog den Pass heraus und zeigte Ihnen das Siegel des Nunzius. Hm, haben Sie da eigentlich, begann der General. Nur das hat sie gerettet, dass Sie sich ihm als Barbar und Ketzer vorgestellt haben, bemerkte lachend der Franzose. Das war gar nicht so dumm. Weiter sind wir Russen also nichts in Ihren Augen? Aber freilich, wir selber sind schuld, dass man so von uns denkt. Da sitzen Sie nun, unsere lieben Landsleute, und wagen nicht zu mucken und möchten es am liebsten ganz verleugnen, dass Sie Russen sind. Nun, mit mir wenigstens ist man in Paris etwas glimpflicher umgegangen. Als ich meinen Streit mit dem AB erzählte, trat der dicke polnische Edelmann, mein größter Feind an der Table d'Ot, sehr bald in den Hintergrund. Ich hatte gewonnenes Spiel und die Herren Franzosen waren nicht einmal böse, als ich ihnen eine Geschichte von einem alten Russen zum Besten gab, den ich selbst vor zwei Jahren gesehen habe und dem im Jahre 1812 ein französischer Jäger ohne jeden Anlass einzig um sein Gewehr zu entladen eine Kugel ins Gesicht geschossen hatte. Dieser Russe, damals ein zehnjähriger Knabe, war während des Brandes mit seinen Eltern in der Stadt geblieben, da es zur Flucht schon zu spät war. Das kann unmöglich wahr sein, rief der Franzose hastig aus. Ein französischer Soldat wird niemals auf ein Kind schießen. Und doch ist es geschehen, versetzte ich, und der, dem es passierte, ist ein verabschiedeter Kapitän, ein höchst ehrenwerter Mann, der heute noch lebt. Ich selbst habe die Schussnarbe auf seiner Backe gesehen. Der Franzose begann rasch und lebhaft zu widersprechen. Der General leistete ihm Beistand, ich aber empfahl ihm, sich besser über den Gegenstand zu unterrichten. Beispielsweise das Tagebuch des Generals Perovsky zu lesen, der sich im Jahre 1812 in der Gefangenschaft der Franzosen befand. Um dem Gespräche eine andere Wendung zu geben, mischte sich auch Maja Filipovna in die Unterhaltung. Der General war sehr unzufrieden mit mir, mein Streit mit dem Franzosen war nämlich bald ziemlich laut geworden. Nur Mr. Astley schien an demselben Gefallen zu finden. Als wir uns von der Tafel erhoben, bat er mich, mit ihm zusammen noch ein Glas Wein zu trinken. Gegen Abend fand ich auch Gelegenheit, mit Polina Alexandrovna ein Viertelstündchen zu sprechen. Sie hatte sich mit der übrigen Gesellschaft in den Park begeben und auf einer Bank gegenüber der Fontäne Platz genommen. Sie schickte Nadenka, die in ihrer Obhut war, zu einer in der Nähe spielenden Kinderschar und ich gab Mischa die Erlaubnis, zur Fontäne zu gehen. Wir waren allein. Zuerst hatten wir eine geschäftliche Angelegenheit zu ordnen. Ich übergab ihr 700 Gulden, die ich in einer Pariser Pfandleihe auf ihre Brillanten bekommen hatte. Polina war ganz außer sich vor Ärger. Sie hatte zumindest auf 2000 Gulden oder gar noch mehr gerechnet. Ich brauche Geld. Geld um jeden Preis, sagte sie. Sonst bin ich einfach verloren. Es muss durchaus herbeigeschafft werden. Ich fragte sie, was alles während meiner Abwesenheit vorgefallen wäre. Nichts Besonderes. Nur aus Petersburg sind zwei wichtige Nachrichten angelangt. Zuerst, dass es mit der Großmutter in Moskau sehr schlecht steht und dann zwei Tage darauf, dass sie wahrscheinlich schon gestorben ist. Letzte Mitteilung stammt von Timofei Petrovic, der ein sehr zuverlässiger Mann ist. Wir erwarten nun eine letzte endgültige Nachricht. Alle Welt schwebt hier also gewissermaßen in Erwartung, fragte ich. So ist es. Seit einem halben Jahre war das die letzte Hoffnung. Haben auch Sie gehofft, fragte ich. Ich bin ja gar nicht mit ihr verwandt. Ich bin doch nur die Stieftochter des Generals. Ich weiß indessen ziemlich bestimmt, dass sie mich in ihrem Testament nicht vergessen hat. Ich glaube, sie wird Ihnen ein hübsches Legat aussetzen, sagte ich in überzeugtem Tone. Ja, sie hatte mich gern, aber wie kommen Sie denn zu dieser Vermutung? Sagen Sie einmal, versetzte ich statt der Antwort. Unser Makida scheint gleichfalls in alle Familiengeheimnisse eingeweiht zu sein. Was für ein Interesse haben Sie denn, danach zu fragen, sagte Polina, indem sie mich streng ansah. All das wäre doch. Wenn mich nicht alles trügt, hat der General bereits Geld von ihm entliehen. Sie haben es erraten. Nun, und würde er wohl etwas gegeben haben, wenn er nichts von der Großmutter wüsste? Hörten Sie nicht, wie er bei Tische wohl dreimal von ihr als der Babulinka sprach? Was für vertrauliche, freundschaftliche Beziehungen. Ja, Sie haben recht. Und wenn er erst hört, dass ich auch etwas von der Babulinka erbe, wird er keinen Augenblick zögern, sich um meine Hand zu bewerben. Das ist es doch, was Sie erfahren wollten, nicht wahr? Er wird sich bewerben? Ich denke, er bewirbt sich schon lange. Sie wissen recht gut, dass das nicht der Fall ist, rauste Polina ärgerlich auf. Wo haben Sie diesen Engländer kennengelernt, fügte sie dann nach kurzem Stillschweigen hinzu. Wusste ich doch, dass Sie mich nach ihm fragen würden. Ich erzählte ihr von meinen früheren Begegnungen mit Mr. Astley. Er ist sehr schüchtern und sehr verliebt. Ich glaube, Sie haben es ihm schon angetan. Ja, er ist in mich verliebt, entgegnete Polina. Nun, der ist mindestens zehnmal so reich wie der Franzose. Mit den Reichtümern dieses Letzteren scheint es überhaupt ziemlich unsicher zu stehen. Durchaus nicht unsicher. Er besitzt irgendwo ein Chateau. Noch gestern versicherte der General es ganz bestimmt. Nun, wissen Sie jetzt genug? An Ihrer Stelle würde ich jedenfalls den Engländer heiraten. Weshalb? fragte Polina. Der Franzose ist hübscher, aber sein Charakter ist gemeiner. Der Engländer dagegen ist, abgesehen von seinem Reichtum, auch sehr ehrenhaft. Allerdings, aber dafür ist der Franzose ein Marquis und besitzt Verstand, versetzte sie in ruhigstem Tone. Ist das Erste auch sicher, fuhr ich in meinen Nachforschungen fort. Ganz sicher. Polina fand offenbar keinen Gefallen an meinen Fragen. Ich sah, dass sie mich durch ihre schroffen Antworten einschüchtern wollte. Ich zögerte nicht, meine Vermutung auszusprechen. Ei, was schadet denn das? Es belustigt mich eben, dass sie sich ärgern. Schon dafür müssen sie bezahlen, dass ich ihnen erlaube, solche Fragen an mich zu stellen. Ich halte mich für durchaus berechtigt, ihnen jede Art von Fragen zu stellen, umso mehr, als ich bereit bin, ihnen jeden Preis für die Antworten zu zahlen. Ha, 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 lachte Polina. Ganz recht. Sie waren es ja, der sich auf dem Schlangenberge dazu erbot, sich auf mein erstes Wort hin, kopfüber in den Abgrund zu stürzen, welcher dort, wie ich glaube, tausend Fuß tief ist. Warten Sie nur. Ich werde Sie noch einmal an dieses Wort erinnern. Wir wollen dann sehen, ob Sie wirklich jeden Preis zahlen werden. Oh, ich hasse Sie. Schon darum, weil ich Ihnen so viel gestattet habe und noch mehr, weil ich Ihrer so sehr bedarf. Wenn ich Sie jetzt schone, geschieht es eben nur deshalb, weil ich Ihrer noch bedarf. Sie erhob sich ganz erregt von Ihrem Platze. Unsere Gespräche hatten in der letzten Zeit immer damit geendet, dass sie ganz aufgebracht und böse wurde. Eine letzte Frage wandte ich mich nochmals an Sie. Wer ist diese Mademoiselle Blanche? Sie wissen selbst, wer sie ist. Die Dinge liegen ganz ebenso wie früher. Mademoiselle Blanche wird ohne Zweifel Frau Generalin werden, selbstverständlich nur, wenn das Gerücht von dem Tode der Großmutter sich bewahrheitet, denn Mademoiselle Blanche und ihre Mutter und ihr Herr Cousin, der Marquis, wissen ganz genau, dass wir vollständig auf dem Trocknen sitzen. Der General ist also wirklich so leidenschaftlich in Sie verliebt? Das muss Ihnen ganz gleichgültig sein. Hören Sie, was ich Ihnen sage. Nehmen Sie diese 700 Gulden und gehen Sie in den Spielsaal. Gewinnen Sie für mich so viel, als Sie können, denn ich muss auf alle Fälle Geld haben. Nach diesen Worten rief sie in der Denker heran und begab sich nach dem Kurhause, wo sie sich der übrigen Gesellschaft anschloss. Ich bog links in den ersten besten Seitenpfad ein und hing meinen Gedanken nach. Ihre Aufforderung für sie zu spielen hatte mich ganz verblüfft. Ich hatte wirklich sonstigen Stoff genug zum Nachdenken. Plötzlich jedoch ertappte ich mich bei einem alten Thema, das mich schon oft beschäftigt hatte. Ich analysierte meine Gefühle für Polina. Ich muss sagen, dass es mir während dieser zweiwöchigen Abwesenheit leichter zumute war, als jetzt am Tage meiner Rückkehr. Allerdings empfand ich unterwegs Sehnsucht und Herzleid. Ich gebärdete mich bisweilen wie ein Verrückter und sah sie beständig, im Träumen wie im Wachen vor mir stehen. Einmal, es war in der Schweiz, war ich im Coupé eingeschlafen und muss wohl im Traume ihren Namen laut ausgesprochen haben. Wenigstens begannen meine Mitreisenden auf einmal zu lachen und hatten alle, als ich erwachte, ihre Blicke auf mich gerichtet. Noch einmal stellte ich mir jetzt die Frage, liebe ich sie oder nicht. Und noch immer war ich nicht imstande, diese Frage zu beantworten, oder vielmehr, ich beantwortete sie zum hundertsten Male dahin, dass ich sie hasse und nicht liebe. Ja, sie war mir verhasst. Es gab Augenblicke, namentlich, wenn unsere Gespräche zu zweien zu Ende gingen und sie mich mit ihrer gewohnten Rücksichtslosigkeit verhöhnte, Augenblicke, in denen ich mein halbes Leben dafür hingegeben haben würde, wenn ich sie hätte erdrosseln dürfen. Ich wäre imstande gewesen, ihr langsamen Zoll für Zoll einen Dolch in die Brust zu bohren und hätte dabei ein köstliches Gefühl der Wollust empfunden. Aber ebenso sicher hätte ich es fertig gebracht, mich auf ein einziges Wort aus ihrem Munde von der Aussicht auf dem Schlangenberge in den Abgrund hinabzustürzen, und zwar mit demselben Gefühle der Wollust. Bei Gott, ich hätte keinen Augenblick gezögert. Nun, wie dem auch sei, die Sache muss so oder so entschieden werden. Sie begreift das alles sehr wohl, und der Gedanke, dass ich die Unerfüllbarkeit meiner Fantasien kenne, dass ich ganz klar und deutlich weiß, wie unerreichbar hoch sie für mich dasteht, dieser Gedanke bereitet ihr sicherlich ein ganz besonderes Vergnügen. Wie könnte sie, die allen anderen gegenüber so vorsichtig und verständlich ist, sich sonst mit mir in solche Offenheiten und Vertraulichkeiten einlassen? Ich glaube, sie hat mich bisher so betrachtet, wie jene Kaiserin des Altertums ihren Sklaven, in dessen Gegenwart sie sich entkleidete, in der Überzeugung, dass er kein Mensch sei. Oh ja, mehr als einmal hat sie mich behandelt, als ob ich kein Mensch wäre. Doch ich hatte von ihr ja den Auftrag, um jeden Preis an der Roulette für sie zu gewinnen. Ich hatte keine Zeit, darüber nachzudenken, weshalb und wozu ich eigentlich gewinnen sollte und was für neue Vorstellungen in diesem ewig spekulierenden Kopf verentstanden sein mochten. Überdies hatte sich offenbar während meiner Abwesenheit so manche Tatsache ereignet, die mir noch nicht bekannt war. Alles das musste ich erforschen und erraten, und zwar so bald als möglich. Jetzt freilich war nicht die Zeit dazu. Ich musste mich beeilen, in den Spielsaal zu kommen. Ende von erstes Kapitel Die Armen in der Senne Von den Höhen des Teutoburger Waldes sieht man in eine weite Ebene die Senne genannt, deren ödester Teil sich zwischen Paderborn, Bielefeld und dem Fürstentum Lippe hinzieht. Sie gewährt einen eigentümlichen Anblick, der sich wohl am besten mit der Aussicht vergleichen lässt, die man in der Abenddämmerung von einem höheren Punkte des Strandes auf die See hat. Die Täuschung wird noch größer, wenn in den Strahlen der untergehenden Sonne oder im Mondlicht die dunklen Wasserflächen einiger Teiche zu leuchten beginnen, die hin und wieder den Sand durchschneiden und gewöhnlich von kleinen Fichtengehölzen umgeben sind. In solchen Augenblicken gewinnt die Gegend keineswegs einen schönen, vielmehr einen höchst unheimlichen und wahrhaft geisterhaften Anstrich. Die Umrisse einiger Meierhöfe und zerstreuter Baumgruppen verschwinden und bald gewahrt das Auge nur noch den schwarz-blauen Farbenton der Ebene, über welchen die Nebel in weißen Wogen hereinbrechen. Dem Beschauenden scheint dann der geheimnisvolle Geist jener Wüste vorzuschweben, jener Wüste, in welcher schon so vieles auf- und niederging, in deren Sand die Waffen der Römer verrosteten, in der Franken und Sachsen im Kampf aneinander rannten, in welcher der tollste Hexenspuk sein Wesen trieb und die jetzt wohl die unglücklichsten Bewohner des einst so gewaltigen Westfalens bevölkern. Wir wollen von den Bergen hinuntersteigen und uns auf dem eigentlichen Terrain näher umsehen. Eine Wüste nannten wir jenen Landstrich und dennoch bevölkert. Leider ist dies nur zu wahr. Denn auch hier, wo die Natur dem Menschen geradezu untersagt zu haben schien, sich anzubauen, hat der Arme, dem kein besserer Boden zuteil wurde, seinen Korn der Erde anvertraut. Hier und dort, wo der Sand fester und feuchter ist, sieht man Buchweizen und Hafer in dünnen Halmen aufschießen. Gleich daneben, hinter einem Zaun, aus Birken geflochten, weidet eine magere, bunt gefleckte Kuh, wohl die einzige Trösterin des Bauers, der nicht weit davon aus Lehm und Baumzweigen seine niedrige Hütte aufgeschlagen hat. Treten wir an die Tür derselben, da schlägt uns ein dichter Rauch entgegen, denn für einen Schornstein hat man nicht gesorgt. Ist im Winter der Herd erloschen, da muss der in der Hütte zurückgebliebene Rauch und Dunst noch wärmen. Gehen wir vorüber, da laufen uns einige zerlumpte Kinder nach, sie halten die Hände gefalten und murmeln eine Sprache, welche niemand versteht. Aber in den kümmerlichen Blicken kann man lesen, was sie wollen und gibt ihr einem kleinen Mädchen mit hellblonden Haaren eine Silbermünze, da ist es mehr, als sie je besaß, mehr, als sie in mehreren Wochen durch Flaxspinnen verdienen kann. Es ist so rührend komisch, wenn man mit einem Bauer spricht, welcher eben aus Friesland zurückkommt, wo er einige Monate für Lohn arbeitete. Seine Augen blitzen vor Freude, er bringt Geld mit, Geld in dem kleinen ledernen Beutel, das kleine Feld ist unterdessen leidlich gedehen. Die Kuh ist noch am Leben, er düngt sich reich und glücklich. Da sieht er plötzlich seine Kinder herbeilaufen und er wird ernst und still. Es fällt ihm ein, dass alles vielleicht nicht hinreicht, um die junge Brut durch den Winter zu bringen. Aber beim Teufel, lieber Mann, weshalb hat er auch so viele Kinder? Ja, sagt der Bauer dann, die Obrigkeit ist auch gar nicht damit zufrieden. Sehen Sie, wenn unser eins heiraten will, da muss er erst auf dem Amt 150 harte Thaler vorzeigen können. Und kann er dies nicht, da mag er gehen. Er wird nicht kopuliert. Wenn ich nun unseres Nachbars, junge Liese, gern leiden mag und kein Geld habe, was tue ich dann? Entweder muss ich bei einem Paderborner Juden das Geld borgen und abscheuliche Prozente bezahlen, oder und dann sieht mancher junge Bauer verschämt zur Erde. Am schlimmsten sind die Leute daran, welche sich durch irgendeinen günstigen Ackerfleck verleiten ließen, mitten in die eigentliche Senne zu ziehen, denn dort sind sie, wenn im Winter die ohnehin ungangbaren Wege ganz verschneien, von aller Welt abgeschnitten. Der Vorrat von Kartoffeln geht bald zu Ende. Durch die schlechte Witterung, welche die Lehmwände der Hütten nass und feucht macht, brechen Krankheiten ins Haus herein. Mehrere Glieder der Familie liegen schon, die Alten an der Gicht, die Jungen am Nervenfieber da nieder. Da macht der Gesundeste sich auf und eilt zu dem Prediger des nächsten Dorfes. Der soll trösten, helfen, retten. Man sagt ihm, ein Sterben der Wünsche, die Sakramente. Er kommt an Ort und Stelle, sieht den Jammer und die Not, sieht aber auch ein, dass das Heiligtum hier weniger helfen kann, als eine wollene Decke, als ein gutes Brot. Ist es in seiner Macht, so unterstützt er aus eigenen Mitteln, bescheinigt aber gewiss den kläglichen Zustand jener Armen, damit sie aus der nächsten Ortschaft ihren Pfennig von der Behörde und die Hilfe eines Arztes bekommen. Leider sind manchmal die Einkünfte einer Gemeinde aber nicht so groß, um jedem unglücklichen Einlieger helfen zu können. Und, was noch schlimmer ist, oft findet sich auch, dass ein Bauer, nachdem er bei dem Gemeindevorstand um Unterstützung angehalten hat, gar nicht zu dieser gehört, also kein Recht darauf hat. Die Grenzen der Länder in jener Ebene durch nichts Hervorstechendes markiert, waren ihm nicht bekannt. Er weiß nicht, ob er ein Preuße, ein Lipper oder was sonst ist, und ehe er sich von der einen Behörde an die andere wenden konnte, ist der Tod in seine Hütte reingebrochen und hat mit seinem kalten Kuss allem Leid ein Ende gemacht. Vor gar nicht langer Zeit fuhren wir von der Lippischen Grenze ins Preußische hinüber und wurden auf dieser Postwagenreise durch den Sand mehr hin und her geworfen als in dem lustigsten Sturm auf dem Kanal. Hinter uns lagen die altsassischen Wälder, in denen wir noch am Morgen einen der größten Hirsche Montreater vorüberrennen sahen, vor uns dehnte sich die Ebene mit ihrem rotblühenden Heidekraut, das immer höher aufwuchert, wo ein Teich den Boden feuchter macht. Einige Kiebitze, die schlanken Bewohner der Heiden, hüpften über das Moor und ergötzten uns durch ihr helles Geschrei, in das bisweilen ein alter Frosch mit verständiger, ernster Stimme einfiel. Nebenbei lenkte ein alter Förster, unsere Aufmerksamkeit auf einige Fichten, in deren Umzäunung wir die Trümmer einer Hütte bemerkten, die das Feuer jüngst zerstört zu haben schien. Die Geschichte, welche der alte Mann darauf erzählte, machte bald unserer heiteren Stimmung ein Ende. Im letzten Winter, als abwechselnd durch Schnee und Regen alle Wege durch die Senne ungangbar gemacht waren, hatte in jener Hütte, welche jetzt als Trümmer vor uns lag, die Not ihren Gipfel erreicht. Ein junger Bauer verlor sein Weib, was ihm sechs kleine Kinder hinterließ. Sie zu ernähren, war das wenige Geld, was er aus Friesland mitbrachte, bald draufgegangen und eine gänzliche Missernte machte, dass seine Scheune diesen Winter ohne den gehörigen Vorrat von Früchten blieb. Dazu kam noch das lange dann niederliegen des Leinenhandels, der von England aus mit so großem Erfolg betrieben wird und der den Bauern jener Gegend, welche früher das Garn mit Nutzen zu Markte trugen, jetzt jede Möglichkeit nimmt, ihr Leben dadurch zu fristen. Alles hätte den jungen Bauer in das noch nicht niederbeugen können, denn noch blieben ihm ja zwei tüchtige Fäuste, die zu jeder Arbeit bereit waren und bei dem Bau des Amindenkmals in jener Zeit gerade die beste Gelegenheit dazu fanden. Aber wie durfte er sich tagelang von seiner Hütte entfernen? Sechs Kinder kauerten halbnackt am Feuer und im Winkel der Stube lag auf hartem Strohlager der alte Vater, krumm gezogen von der Gicht, von den fürchterlichsten Schmerzen geplagt, der weinend seine Knie umfasste und ihn bat, nicht davon zu gehen. Mehrere Male war schon das Größeste der Kinder in das nächste Dorf geschickt zu dem Prediger. Der Vater sei so krank, ließ man ihm sagen, er möge doch mit den Sterbesakramenten kommen. Der Pastor war jedes Mal erschienen, aber wozu der Trost schöner Worte? Man ließ ihn rufen, weniger der Gottseligkeit wegen, als dass er noch einmal die Not sähe, noch einmal eine Unterstützung auswirkte oder vielleicht noch einmal in die eigene Tasche griffe, denn der kranke Vater machte noch keine Sterbemiene. Sechzehn Wochen lag er schon am Boden, er war an Schmerzen gewöhnt, er wollte leider noch nicht sterben. So ging der halbe Winter vorüber, die Gegend war von dichtem Nebel umhüllt. Bald konnte man kein Kind mehr hinausschicken, es wäre in den sumpfigen Wegen, im Schnee, auf den unsichern Sandschichten unrettbar verloren gewesen. Die Hilfe der Nachbarn wurde durch die vielen Armen immer kleiner, manchmal blieb sie ganz aus und vom Hunger gestachelt, jammerten dann die Kinder in der Hütte umher. Als die Sonne wieder einmal rot hinter den fernen Bergen hinabgesunken war und in und um die Hütte das tiefste Dunkel lag, schleicht der junge Bauer aus der Tür, geht an die Wand, hinter welcher der kranke Vater lag, erschauert zusammen, zerdrückt noch eine Träne im Auge und mit kräftigem Stoß reißt er die mausche Lehmwand auseinander. Der Kranke, gänzlich erschöpft, ist gerade in festem Schlaf versunken. Er merkt nicht, dass ihm der kalte Nachtwind über das Gesicht streicht. Und als er endlich wach wird, sich nicht von der Stelle bewegen kann und um Hilfe wimmert, da hört ihn niemand. Man ist an das Jammern gewöhnt. Der Sohn verwirkt sein Gesicht im Stroh, die Kinder schlafen. Der Nebel ist indes verschwunden und in der Nacht wird es Stern hell. Es wird bitter kalt. Um Mitternacht ist der Alte schon besinnungslos. Als der Morgen kommt, ist er tot. Jetzt hat der junge Bauer nur noch für die Kinder zu sorgen. Nach einigen Tagen sieht man die Hütte in Flammen aufgehen. Der Eigentümer steckte sie selbst in Brand und zieht mit den Kindern auf die nächsten Dörfer, um zu betteln. Wir schreiben dies in einer Fabrikstadt Englands, in einem echt schattistischen Loch, in dem Armut und Unheil zu Hause ist. Man hat uns manche Sachen erzählt, die das Herzbeben machen können. Aber Geschichten wie die Erzählte aus der lieben Heimat sind doch auch des Schauderns wert. Ende von Die Armen in der Senne Die Armen in der Senne